Jo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute auf der Nikon 2019 und ja, ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe auch einen guten Assistenten dabei, der mir als Kameramann dient. Und der ist hier. Das bin ich, Srey. Ja, nur geil. Wir gehen jetzt rein, Leute. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Leute, man spricht auf der Nikon von einer Legende. Diese Legende lebt seit gefühlt 30 Jahren auf der Nikon im Karaoke-Raum und singt auf. Diese Legende suchen wir jetzt. Wir schauen mal, was sie uns zu sagen hat. Kommt mit. Da ist sie. Schleicht euch langsam. Langsam. Ganz langsam. Das ist unsere Nikon-Legende, Paddy. Ja, ich komme hier schon. Ich bin heute das erste Mal hier. Seit 30 Jahren wohne ich hier. Seit 30 Jahren wohne ich hier. Ich habe auch meinen, ich schlafe auch immer in dem Park, deswegen habe ich Mahlerfuß mit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Kevin. Ein Wort für meine Fans. Srey ist der Beste. Ich liebe ihn seit wie vielen Jahren? 30. Seit 30 Jahren schon. Und wir sind noch nicht mal so alt. Diese Hochzeit verurteilen wir. Renn uns, Buffet, das wollen wir. Jessie. Und James. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Geht nie mal auf und bekämpft uns nicht. Ja, genau. Stop it. Stop it. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.